so schön eine unglaublich schicke hauberste das war es dann natürlich alles wert das war jetzt etwas ich nicht gerechnet hätte ich habe auch die komplette verkackte welt hier eingeholt ja wir haben begriffen dass du ein roboter bist ada halte dich nicht für was besonderes ich kann immerhin im gegensatz zu dir blieb da war der durchzug und hat die tür erstmal zu vorsicht zu das werden so Was ist das? Und da hätten wir schon wieder die Bauhausen suchen. Einfach weiter gehen und nicht davor. Alles Klärchen, Zuckerberg. Ach ja, diesen Spruch habe ich schon öfters in Anwesenheit von Mr. Metal gebracht. Und jedes Mal, wenn ich sage, alles Klärchen, dann rechnet er mit dem zweiten Teil dieser Phrase, dass ich dem Video auch was sagen will. Also da habe ich ihn ordentlich darauf konditioniert. Und ich muss sagen, das ist richtig lustig. Komm weg hier. Da, da, da. Was? Hey, da. Komm doch mal her. Ich könnte dich gebrauchen. Hey. Was kann ich für dich tun? Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Na, bitte. Hey. Wie kann ich die? Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Ah, da. Da muss ich auch ohnehin aufliefern. Ach, hier. Da ist nichts mehr. Was ist da? Ich bin in einen kleinen Weg falsch gelaufen, sowieso schon. Ja, okay. Ich weiß, ich weiß, ich könnte da rüberschwimmen, aber meine Paranoia lässt es nicht zu. Ich rechne jedes Mal damit, dass da uns ein kleines Schwimmviech kommt und mich umbringt. Oder es ist zumindest versucht und mir dabei den Heidenschrecken meines Lebens einbringt. Das ist so diese Erwartungshaltung. Ich frag mich, was das hier ist, das ist so Hardcore-Streiter und sie in die Nähe beginnt. Dann. Warnung. Wir haben einen Seren nicht mehr. Bitte. Dann. Dann oder andere Militöte. Dann. 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 immerhin hat er einen helm auf aber ein flammenwerfer auch nicht schlecht dann kann ich den robotern auf jeden fall ordentlich einheizen ja ohne scheiß ich hatte ordentlich feuer unter den arsch machen alter diese ganzen schlechten sprüche aber sind sie aber in kein fall trotzdem zwei schlechten sprüchen sind sie so schlecht dass sie wieder lustig sind oder sind sie einfach nur echt schlecht schreibt doch mal bitte in die kommentare ich bin sehr ich bin sehr gespannt auf euer feedback wo ich jetzt flieger abgestoßen ist noch ein flieger gestoßen oder ich jetzt ein teil des fliegers mal sehen aber da ist die prüttelz aber da ist die prüttelz aber da ist die prüttelz so gleich erfahren wir ob hier die kacke am dampfen ist oder ob sie am dampfen ist ich hoffe natürlich dass sie halbwegs cool ist aber das lacht aber was sie haben wo sie später. Okay. Alles klar Hey, warte Ah, Frau heißt ich sei denn, Sohn, Tochter Okay, interessant Zum Glück sind meine Lufteinlassöffnungen mit Stopfiltern ausgestattet Okay Fuck mich, was dich hier getriggert hat Das war voll Dungeons Das war right Okay Hier ein Oh Nein, Philipp, das wird später Hier drüben Los, mach hin Oh, voll nice Oh, voll nice Oh, oh Irgendwann type halt noch mehr Ich glaube, ich hätte hier reingehen sollen mit einem Wie heißt das nochmal Poweranzug Ich bin Ja, freut mich, Ihnen helfen zu können. Okay, die Scheiße wiegt hier, weil ich da auch noch richtig hier habe. Ich wollte nur mal anmerken, dass ich das nicht drücken wollte. Okay. 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 Okay, hot. Alles klar. Okay. Alter, voll die Hardcore. Aufstand des Roboter-Ausmeister-Personals. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, faszinierend ist er nicht durchwärts. Endurch.